Schönen Abend! Hallo! Dann geht's weiter mit unserem Step-Pulse bzw. mit dem Probe. Wir machen 20 Minuten Step, dann 15 Minuten Workout und Stretch. Ich marschiere erst einmal aus. Und schon sind wir auf links. Das war eine Art Musik, also ist es nicht meine Schuld. Ist egal, wir sind alle auf links. 7, 6, genau. Erst nach vorne. Die Arme fest, Husten schließen, auf die Seite hoch. Noch 8 Mal. Jetzt die Arme vorne. Und wieder. Noch 8 Mal. Wie die Spannung gebaut. 4, 3, die Arme gehen oben. 2, 3, die Arme, vorne. 4, 3, die Arme, vorne. 5, 5, 6, 7, 8. Und noch 8. 4, 3, 2, die Arme. Und vorher. Die ganz vorne, jetzt. Drei, vier, drei, vier, 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 vier. Sieben, sieben, sieben. Die wechselt, direkt ist weiter. Sieben, sieben, sieben. Immer. Drei. Zwei. Wienste. Rechts und links. Und wechseln auf die nächste Seite. Wienste. Immer in den Wäldern. Wienste die Füße. Wiederwäldig. Hintersteig. Super. Wir gehen mit dem Kinn. Ziehen die Arme vor. Noch einmal. Die Wechseln auf. Wechseln. Noch viermal. Drei. Zwei. Wiederwälder. Rechts und links. Fängt an. Noch zwei. Und die Arme bitte mit. Leise. Warte. Oder jetzt nach links. Die Wechseln bis hin. Auf links. Ohne Arme. Links, rechts. Links, rechts. Schnaufe. Schnaufe. So. Und wir reisen. Komm. Die Arme gehen mit. Reisen. Von links nach rechts. Drei. Rundflein. Wenn du reisen. Rundflein. Rundflein. Und die Arme. Mitwusch. Geh immer zum Kieb. Letzter Schlamm auf dem Step mit dem kompletten Fuß. Wunderbar. Die Arme gehen nach hinten. Das darf ihr angenehm sein. Auf der Schuh der Linie. Noch zwei. Die Arme gerade. Und jetzt hier hoch und tief. Das geht ein bisschen größer. Und weiter Knie lesen. Perfekt. Noch vier. Die Vita. Dreimal die Knie auf einer Seite. Wechseln. Andere Fuß. Aufschluss. Danke. Gut aufpassen. Ich glaube, wir gehen immer noch vor. Der Spannung dem ganzen Knocher. Wechseln. Wechseln. Jetzt hier. Drei Mal die Knie. Und wechseln. 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 Not manually. Wechseln. 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 Noch mal ein. Gleiches mal ein Basic. Achtung. Green Feet Down. Noch zwei. Noch eins. Alles mit Spannung. Basic. Neem Step. Kneel ist im Wechsel. Und Armstrong. Green Feet Down. Dreimal insgesamt. Noch ein. Noch ein. Basic zweimal. Fast. Gleiches mal ein Feet Steps. Und kneeling. Genau. Und Anfang. Alles zusammen. Repeat. Noch zwei. Die Arme sind so wie geübt. Am Anfang. Scheißen. Und rechts nach links. Die Wechsel und die Arme mit Push. Hoch und runter zu. Die Arme mit Push. Am Anfang. Green Feet Down. Swing Ball. Change. Zweimal. Start. Zweimal. Die Vita. Weg sich. Gleiches Bein. Fiste. Gleiches Bein. Kaffee. Vier. 5 5 7 7 7 3 4 5 5 6 6 6 7 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Viermal. Sehr gut. Und andere machen wir noch mal alles. Repeat. Keep moving. Bauch mit. Beendet. Zwei Mal. Rechtes Bein. Vier Step. Vier. Drei. Zwei. Elis. Uuh. Jetzt das war's. Die letzte Runde. Freude das. Freak. Vier. 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 Uuh. Vier. 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 Arme fest. Mit Spannung. Sehr gut. Und vieles. Vier Drei Zwei Wir manchieren ab Sehr gut Wir haben gleich zwei Blöcke ein Stückchen Der letzte Blöcke ist ein bisschen anstrengender Die Hüpfel Und die Hände nicht Und zwar hier Die Hüpfel zurück auf zwei Mal Andere Seite Okay Ein Fuß auf der Mitte Zwei Mal in der Mitte Andere Seite Dreh nach Vier Zwei Zeitlupe Langweilig Noch mal Verschieben Zuschauen Als tellement Die das Viens von der Hände Hüpfel in die Mitte Lose Kupon geht runter Hinten Und in der Linie gleich hinten springen und auf die andere Seite wechseln. Perfekt. Ein Fuß auf den Stöpfen. Auf den Lauf. Auf den Lauf. Auf den Lauf. Wir machen alles zusammen. In der Stöpfen und Zweiten Block. Dann ist das Sprügel hier. Wahnsinn. Okay. Durchatmen, marschieren. Und mit dem linken Bein. Vier. Drei. Es geht hier mit Riespeter los. Kick. Und Change. Noch eins. Basic. Vier Step. Hier mal. Wunderbar. Niedlich. Vier. Arme von oben runter. Und auf geht's. Vier. Sieben. Andere Seite. Sieben. Noch zweimal. Tremann. 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 Alles am Anfang. Heep, Hover, Chat. Bein hoch. Faust dazu. Zwei basic. Vielleicht ist es ein vier Step. Knie lift. Damit sprühen wir das Ohr. Kippen. Nach, nach. Wechseln. Die zwei zehn. Noch mal. Wechseln. 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 Keep walking. Basic side. Wechseln. 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 Knie lift. Push. We flyναli. Knie lift. FさんУ. Twelve. Knie lift. Fikirte. Die FED-ist. Knie! Vollgas! Letzte Ruhe! Repeat! Knie! Hochschicht! Bindlich zwei Hand! Piste! Knie! Knie lift! Letzte Ruhe! Vier springen! Vier, drei, zwei, um! Knie! Nochmal! Out and out! Wunderbar! Aufschnitt! Knie! Aft! Arm! Stoffen. Wer möchte geht was trinken. Stoffen. Ein bisschen auflegen. Stirb nach vorne. Ganz entspannt. Okay. Letztes Bein bitte auf dem Step lassen. Komplettungsmusole drauf. Wir stütteln uns auf den Oberschenkel auf. Wir haben den Tor. Und du ziehst, dein Bein kommt ins nach vorne mit ein. Und wieder unendlich. Genau. Letztes Bein angewinkelt. Stüttel dich mit den Armen auf. Genau. Und wieder durch. Und wieder durch. Es brennt langsam. Die Knochen. Das Bein leicht auf den Step. Arme gestreckt. Körper wieder vor. Und die Arme mit dem Bein. Auf. Ohne Bein. Ohne Bein. Ohne Bein. Ja. Ja. Hast du das gespürt? Ja. Links. Ja. 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 Ich hab's gesagt. Aha. Ja. Haben uns alle richtig gemacht. Andere Bein zum Ausgleich. Leben ist am Step. Bitte weit oben am Oberschenkel aufgestützt. Lange rücken. Auge. Ansonsten ist immer leicht, ja? Die ersten viermal. Jawoll. Durchreiten. Jetzt fängt es an zu brennen. Die letzten acht. Das Bein gerade sitzen. Die letzten Klocke. Dann geht es wieder vor. Die Arme gerade unten. Und die Klocke. Jetzt gerade das Knie. Bewegung aus dem Hüfte heraus. Das ist die Uwe, die ein bisschen kürzer ist als hier. Die letzten vier. Drei, zwei, eins. Marsch. Wunderbar. Beinrücken. Jetzt geht es mit dem rechten Fuß auf den Step. Die marschieren beiden. Füße abgeben, auch wenn das Bein da schwer ist. Laufen. Genau. Da. Merechen die kurzen geschehen. Leiter marschieren. Und jetzt riechst du das Bein hoch oben, Knie auf. Gerade im Rückenbleiben. Knie richtig nach oben. Genau. Sterbebleiben. Überweite die Beine. Vier. Drei. Drei. Marsch am Boden. Achtung. Die Beine schon ein bisschen gut. Ein kleines bisschen. Beine öffnen. Durchatmen. Vorbereiten. Linkes Bein auf den Step. Marsch. Tempo bleibt. Beide Füße im Wechsel. Genau. Achtung. Hier auch. Das Knie geht hoch. Beine nicht hoch. Ein bisschen enger. Hoch. 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 Zwei von Boden. Herz und Brust ziehen. Tempo gleich. Auf. 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 Wir machen sonst gleich noch nicht. then legeln. Noch ein bisschen nach vorne bringen. Um. Auf. Und die letzte Runde. Achtung. Vier. Drei. Zwei, marschieren. Die beiden hoch ein bisschen hier kurz. Wir öffnen es und bleiben uns stehen. Wir klopfen wieder. Ein bisschen die Rüftung und vor allem. Sehr gut. Okay, wir bleiben frei stehen. Schulter reißen. Vier. Dreimal. Zwei. Eins. Okay. Hände bitte zum Stepping in. Rot in die Knie. Los, geh hoch. Okay. Was kommt jetzt? Harmonika spielen. Breite Beine. Und von nach hinten schieben. Okay. Step auf die Beine abriegen. Schau, dass du auf den Knie stehst. Von nach hinten nach hinten. So bleibst du stehen. Jetzt lehnt die Arme etwas nach vorne. Und das Knie weg. Und schieb die Arme mit kleiner Bewegung hoch zu links. Was? Macht mal. Kleine Bewegung. Nicht sparen. Nicht einfach schaukeln. Kleine rechts. Beine. 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 Ganz kleine, minimale Bewegung. Hoch und näher nach hinten schieben. Richte dich im Rücken auf. Bauch. Mach dich gut im Rücken. Langsam. Arme geht tief auf. Und wieder strecken. Bauch einbefogen. Langsam. Noch zweimal. Arme werden länger. Schulter gehen zusammen vorne. Mit festem Bauch wieder zurück. Herz bis nach. Ausatmen. Und einatmen. Jetzt wieder ablegen. Das war ein bisschen Rücken. Durchatmen. Und die Arme wieder ein bisschen zu hoch. Auf den Kopf drauf. Ich hoffe, eure Schule warten auch noch, oder? Jetzt haben wir es alles auf den Kopf. Okay. Wie wieder angewinkt. Fester Stand auf den Fersen. Die Arme abrufen. In der Körper mit der ganz klein nach rechts. Triebel, wie hoch die Arme spuren. In der Talie kleine, ruhige Arme gehen mit. Wie wechseln, auch die andere Seite. Raume immer in der gleichen Position. Spür deinen Bauch. Vier. Drei. Zwei. Zwei. In wechseln. Wechseln. Gehen. Kleine Bewegung. In der Talie bewegen. Vier mal. Drei. Zwei. Zwei. Kleine mit dem Step. Und den Kopf in eine Richtung. Uh. Gleich laut. Oder anstrengend. Andere Richtung. Stabile Beine hüften. Knie sind angewinnt. Uh. Ein bisschen mehr Schwung. Fahrrad. Das heißt, Arme wieder ganz gestreckt. Und langsam die Auge auf vorne, wieder aufregend auf die Beine, weil es sehr gut ist, dass der Brücken weit muss. Okay, das beste Bauch, ich höre, ganz so gut, dass der Brücken entzieht, zum Boden. Handrücken ab, wie schützt du die Schweine? Kleine Schlüsse, die manchieren wieder auf ganz. Ihr könnt jetzt das Handtuch drauflegen, dass ihr das ein bisschen weiter für die Hände habt. Okay, dann geht's mit den Händen auf den Step. Wir brauchen hier den Stand. Gerade Beine. Schulter dreiter Stand frei bei den Armen. Wir steigen. Tipp, Tipp, Tipp. Knie zur Brust, Fuß gestreckt. Vier Füße, Knie in der Luft. Auf die Linie vom Step. Gerade rücken. Beine strecken. Knie in der Luft. Baut geht tiefer. Letztes Mal vor. Knie in der Luft. Und jetzt überkreuz. Mit einem Knie zum Arm. Fünfze geht mit, genau. Berühr den Ellbogen. Unter den Bauch. Überfreut es. Und Ausgangsposition. Immer die vier Füße. Überhalten den Bauch. Nichts weg. Achtmal. Durchziehen die letzten vier. Drei. Zwei. Eins. Streckt die Beine vor wieder auf die vierten. Hoch und zur Decke. Arme lang. Langsam wieder vor. Deine Schritte nach vorne. Knie auf den Step. Auf die Fass. Sehr gut. Knie im Setzen. Alles gut? Weiter. Kürze schon her. Noch eine lange Pause? Auch noch. Knie im Setzen. Und die Hände wieder auf. Das ist die letzte Übung. Beine wieder gerade. Füße ein bisschen mehr breit. Nehmen aufeinander. Wir drehen um eine Seite. Arm zu decken. Riechen mit den Hüften ab. Vier. Drei. Drei. Gehre in die Mitte. Halte. Alles zentriert. Die wechseln die Seite. Füße komplett mehr drehen. Vier fressen. Wieder zurück. Erste Seite. Drehen. Und zurück. Durch Atmen. Einfach zu drehen. Arm zu decken. Wieder nach vorne. Letzte Smile. Jede Seite. Zurück. Letzte Smile hier. Lassen. Laufen. Knie wieder auf den Step drauf. Mit Knie macht sich. Knie. Und setzen. Die Hände schütteln. Alles zentriert. Wie geht's euch? Gut. Zu Hause. Alles gut. Danke schön. Und wieder. Stütze die Finger auf. Hoch auf die Färze. Und die Beine da lassen, wo sie manchen. Die Arme ein bisschen breiter nehmen. Hoch und nach hinten drücken. Spür mir die Lichter auf den vierten. Und nach vorne mit dem Körper. Und noch mal. Hoch und jetzt zu decken wir ganz gerade. Sich bis zu mir gleich hoch. Und wieder nach vorne mit dem Rücken. Noch zwei Mal. Das Gewicht auf die Fersen. Zehenspitzen abheben. Gehen nach vorne mit dem Körper. Und letztes Mal. Spür die Beine hinten. Deckung. Und nach hinten. Die Beine. Step 3 drücken. Die Beine hinten. Abschneiden. Und nach hinten. Und nach hinten. In den Mund. Mal ein bisschen. Gehen mit dem Stirn zu flesseln. Oder mit dem Kopf. Die Fenster. Zeit lassen, jeder für sich spürt den Druck hier mit den Beinen, immer weiter atmen. Okay, jetzt geht's wieder nach oben, stüttel dich auf die Bände auf, die Beine schließen und langsam aufrichten. Auch den Stepper setzen, Hüte vorne, endlich, linkes Bein gestreckt, rechtes Pullen jetzt umzukörpern. Zieh nach außen, nach sich unteren Rücken und nach unten. Die Atmen sind ein und strecken uns in Rücken. So, jetzt den Körper und wieder ausatmen, hoch zum Fuß. So, zweimal. Aufrichten. Und die Veratmung zu. Ausatmen, spür, dass dein Rücken rund wird. Letztes Mal. Rüte etwas nach hinten ziehen und wieder ausatmen. So, jetzt versuchen wir, wenn es geht, den Kuhn am Oberschenkel abzuwägen. Die ganz nahm der Leiste. Und auch die Brülle drauf anziehen. Das macht man nicht. Aber gut. Also, die Brülle drauf anziehen. Das ist ein bisschen was wir einschneiden. Einmal mal hier mit der Hand, die Beine aufschneiden. Und wieder weit. Das geht. Und wieder nach außen. Mit einer Hand halte. Und mit der anderen. Das geht nach vorne hin. Also gleiche Seite. Rechte Arten, rechten Bein oder links zu links. Egal auf welche Seite du bist. Ruhig ein bisschen tiefer mit dem Körper. Wenn es geht, halte sich an den Pfingstüte fest mit der Hand. Atme sich eins aus. Und wieder zurück. Das Bein langscht. Auf und exakt. Genauso. Hier am Fuß halte. Und nach dem Körper. Komm, mach dich los, atme durch. Für die Dehnung außen am Oberschenkel und am Popo. Mit einem Atmen stecken. Schottel in die Tür. Und aushalten. Wunder Rücken. Kopf zu Fuß. Langsam noch einmal. Zieh ein, ab. Merkt den Unterschied im Rücken? Und bei der Dehnung. Letztes Mal. Zieh ein, atmen. Und auch Atmen. Lassen. Und aufrichten. Mit dem Fuß am Oberschenkel. Atmen. Halten. Okay. Und jetzt auch hier mit der Hand zum Fuß. Gleiche Arm zum Gleichen Bein. Die Sippe gehen mit dem Punkt. Gleiches. Munde die Wirbelsäule. Atmen mit einem und auf. Und dann hier wieder aufwechseln. Beide Hände zum Fuß. Los, das Bein wieder drücken. Lächeln sich den Rücken auf. Die Arme nach außen. Fast reise machen. Sehr schön. Okay. Jetzt das Seinchen mit dem Fuß zum Boden. Die Augen zum Fuß. Setz dich an die Kante. Step um nach außen. Alles bei der Sippe. Beide Hände zum Fuß nehmen. Nicht abrutschen. Schau, dass du auf dem Step so sitzt, dass du nicht abrutschst. Genau. Bleib unten. Halte die Dienung. Wenn du die Hilfe mit dem Kopf runter gehst, schaffst du mir an den Bein. Das Knie wird uns gerade. Atmen, drei Mal. Zug ein und aus. Lassen Zeit. Jetzt geht es langsam wieder hoch. Seine wechseln. Jetzt. Gerade das Bein und Kondrutsche wieder. Halte dich an. Die Spitze nach dem Bein fest. Versuch die Dehung zu steigern, indem du ein bisschen mehr runter gehst. Jetzt kannst du mit der Puff zum Bein kommen. Arme dreimal tief rein mit auf. Jetzt. In der nächsten Hand. So langsam wieder hoch kommen. Die Beine wieder aufstehen. Süßchen. Beine gerade und langsam wieder auf. Hier auf die Augen. Die Lütze wieder gleich. Und schnell. Die Augen noch ein paar Mal zum Einbruch. Ruhig auf das Penis. Halten. Ziehen die Arme in die Länge. Geht die Mitte zurück, einatmen, wechseln, Bein beugen, die Arme nicht nachziehen, die Nähmung steigern. Zurück. Jetzt geht es nochmal nach rechts, Bauch festhalten, langsam einen Kreis mit den Armen. Bleib auf der rechten Seite mit dem Bruch. Und die Arme wieder auf die Seite nach rechts und mit der Atemzug. Nichts ruhig ausatmen, Bauch aktiv, Arme gehen runter, runter, hoch und gleich wieder auf die Hälfte. Und zurück. Das letzte Mal wird ganz groß und Applaus für alle, ganz schön. Vielen Dank.